Hallo und Herzlich Willkommen zu GTA 5! Online! Bisschen Scheiße machen! Ja, wir werden jetzt ein bisschen GTA Online spielen! Bisschen Scheiße machen! Lass dann erstmal mein Motorrad holen! In Stunts und Scheiße machen! Genau! Mit ganzem Scheiße! Videotitel wird so heißen! Stunts und Scheiße! Warte kurz! Morse Emu Teil! Ich spiel jetzt übrigens ein bisschen GTA Online! Ach man, wie verdammt! Entschuldigung! Das wird ja wirklich wie so ein Running Gag ey! Der Papagei, ja? Ich muss ja mal mein Motorrad hier her holen! Dazu muss mein Auto weg, oder? Ja! Das kann ich richten! Muss ich doch zahlen, aber wurscht! Das ist ja super! Boah! Ja hab ich toll gewusst! Mech-a-ne-ka! Jetzt muss ich den Mech-a-ne-ka ran anrufen! Ach ja! Oh, Alter! Ja, aber es geht! Als ihr es noch nicht wusstet, einfach x drücken und dann schlagen wir den Motorrad! 1! Geht auch andersrum! A. Hier nochmal zeigt sich die beste KI von GTA! Alter! Alter! Hier geht auch so rum, guck! Ah, ja klar! Fokusset gut! Meine Sterne! Nein! Ich-oh, nein! Ach halt! Mein Motorrad ist wieder weg! Mein Motorrad ist wieder weg. Meine auch. Meine auch. Was? Hättest du gesagt. Egal. Tschüss. Jo, mein Motorrad. Jo. Generous, generous, generous. Vergessen die Musik am besten ausschalten. Ja, ist aus. Achso, gut. Ich singe es nur nach. Bei mir ist es kein Copyright, wenn ich es singe. Ja, du hast recht. Ich bin das Radio. Generous, generous. Oh, oh, oh. Knallt, oh, knallt. GEMA ist so weg, aber immer noch nicht. Urheberrecht und so weiter. Und so, ne? Dafür geht die Zeit schnell deswegen. Wir sollten hier vielleicht weggehen, schnell. Oh, das war das falsche Tor. Ich hole jetzt hier mein Motorrad raus. Ich hole jetzt hier mein Motorrad raus. Öffne! Alter, ich übersteuere. Das ist wahrscheinlich... Nein, überhaupt nicht. Ne, du übersteuerst mich gar nicht, ja. 1A. Pass auf, der kommt. Der kommt natürlich. Ja, pass auf. Pass auf. Pass auf. Dann anzufangen. Es ist sehr schlau. Ja, das sind halt die schlauen Leute, die hier angeht, ja. Mh, merkt man. Schneeweg hier, Schneeweg. Ich will immer noch versuchen abzuballern. Ne. Schneeweg. Mh. I'm a generalis, generalis. Das Spiel halt einfach ein bisschen so auf. Und wie wir es eigentlich auch normal spielen. Einfach Stunts machen. Wirklich nur eigentlich. Und scheiße. Stunts. Nice Stunts. So was hier. Auf die Fresse legen. Und vor allem. Scheiße machen. Das auch? Naja. Na hin! Vor allem. Nein, das tun sie jetzt nicht. Warte. Nein, ich weiß, was sie tun wollen. Nein, ich doch nicht. Nein, gehen sie weg. Ich kann nicht zielen. Scheiße. Unterlassen sie das jetzt. Oh, 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 oh. Oh, es war vielleicht wieder. Nein! Alles klar. Was? What a fail. What the fuck? Du bist von hier oben gelandet, aber da warst du plötzlich unten. Ich hab dich angeschossen, nichts passiert. Meine Hupe ist kaputt. Das habe ich gehört, dass ihre Hupe kaputt. Nehmen sie mit, kommen sie. Warum ist ihr Arsch und blute ich? Das ist, äh, ich hab hier Moriden. Ah, okay. Kann man, kann man dran knabbern, habe ich gehört. Na, widerliche Scheiße. Aber jetzt hier. Da Hupe, hier rechts ist der Motorrad. Wegen der habe ich jetzt Sterne. Alles klar. Was ist mit der Hupe, glaube ich, kaputt? Weiß nicht. Irgendwie schief. Deine Hupe, äh, deine Hupen sind kaputt. Ich wollte den jetzt erst nicht bringen, du Arsch. Meine Hupe ist besser. Nein. Bisschen rum. Oh, oh, da kommen Spieler. Super. Hallo, guten Tag, hallo. Günther! Viel Spaß, du. Ich wusste es. Ich wusste es, Günther. Er war ja schuld. Da kommt Günther denn? Karma, ich ne, sowas. Da kommt Günther. Da kommt Günther. Nee, Günther, aber eh nicht. Günther kommt, echt. Ich glaube, Günther ist abgekackt. Echt? Ja, komm, trotzdem, ja, komm. Da kommt Günther! Lass Günther einmal Ruhe. Ja. Fahne, falls sie wegkommt. Ja, okay, der hat so andere Kollegen da. Hu, nein, das Wasser. Hallo. Die laufen doch immer die Mr. Big Macs rum, oder ne? Biggie big 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 big. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich wäre mir dagegen gefahren. Was du bist tot? Warte. Du Arsch. Ja viel Spaß mit der kaputten Hupe. Ich wollte das auch mal machen bei ihnen hier. Was ist mit der Hupe los? Was ist mit der Hupe los? Was ist mit der Hupe los? Was ist denn los? Nur für die, die es nicht wissen, die macht eigentlich... Warum Günther? Die macht eigentlich du 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 du. Und nicht du 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 du. Ich mach mit Günther auch schade. Ich muss treten. Ich bleib nicht bei Günther. Günther macht mir keinen Bock heute. Günther! Aufpassen. Was ist die Hupe los? Nein, nein, nein. Was denn? Ach du? Nein! Oh mein Gott. Das war so krass. Das war so knapp. Oh geil, wir haben geflogen. Wirklich. Wieso? Muckst du? Ja, ich mucke. Ach, guck mal. Guck mal. Guck mal. Das sind meine neue Parkhaus hier oben. Ist extra für Motorräder. Hab ich dich bei dir ebenfalls darauf geschlagen mit dem Rad oder nicht? Nö. Du bist da selbst drauf geflogen. Alles geil. Jetzt fliegst du runter und du Motorräder da oben, richtig? Kann sein. Genau. Hallo. Oh Mann. Ist nicht mehr scheiße dadurch, dass die gegen Hufe scheinen. Ich weiß, schade. Sollten wir ihr Motorrad reparieren. Haben sie vielleicht recht. Mann, ist immer Motorrad da oben, ey. Hier gibts Leiter, ja? Oh, weiche. Ich bin mir daneben. Ach, Mann. Ach, Mann. Alles klar. Schlecht, nenn ich sowas. Ach, Mann. Du bist doch. Tschüss. Hehehe. Die Lampe nicht. Und die auch nicht. Das ist mein Motorrad. Die auch nicht. Wasser. Gute Abend. Alles klar. Was geht? Guten Morgen. Was geht? Jetzt rast du da bei dir. Wuuui. Easy. Guten Tag. Ne. Ist gar nichts passiert oder so. Nein. Nein, nein, nein. Oh, okay. Hä? War das auch mal im Motorrad gelandet? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Schade. Wir sehen ja da zwei Lichter. Da, da. Das hört sich langsam an wie diese Hochzeitsmelodie da. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht hier spring, nicht hier spring. Ich habe es tatsächlich einmal da schon rüber geschafft. Ich auch. Und dann bin ich gegen die Wand geknallt. Achja, stimmt. Rucksack. Nur weil er einen Rucksack hat? Bist du rucksacksichtig? Was? Ich wollte eigentlich... Ah! Nein! Ankepeiner. Wo kommt man denn hier? Ach. Guck mal. Ach, das... Das war ein Polizist! Ich schaue. Ich schaue. Ich schreie nicht. Ich schraue auch so, wenn wir den nicht aufnehmen. Dann haben wir dann mehr Spaß gehabt. Nein! Noch nie! Oh mein Gott! Oh nein! Hast du das gesehen? Ja! Ich hätte nicht so viel Glück, wie man sieht vielleicht. An... An meinem nassen Anzug. Hilfe ihnen. Kommen sie... Kommen sie doch! MESSER! Unterlasse diese Tätigkeit, ja? Ah. Guten Abend. Och man! Du bist so dumm! Wir hätten da mit dahin fahren können. Ja! Jetzt müssen wir wenigstens weiter holen. Guck mal. Hehehe. Achst denn, das war doch alles nur... Aua! Geplant! Missgeburt. Ich wollte doch nur die Folgen länger hinausziehen, du Arsch. Das war doch alles abgesprochen, oder nicht? Hm? Oh, alles abgesprochen. Bei dir ist alles auch abgesprochen. Mhm. Alles klar. Mors Mutal. Hey, ihr nuttert. Hattet ihr ein bisschen gefurzt? Nutella. Hehehe. Ich bin gefurzt, ja? Bullen geht weg. Geht weg Bullen. Geht weg. Ich würde das auch mal... Mal versuchen ein paar richtige Stunts zu machen, wie sonst immer. Kann ich schon mal versuchen? Ich bin ganz nachts. Ach, ist er wie der Verdücher. Oh was ist. Hilfe! 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 Ich werde ausgelobt! Alles mal muss. Du weißt schon wieder, wo ist Krakauer? Blutwurst. Blutwurst. Aber. Wir schwirken, ob wir... Wir haben noch nicht erwartet. Oh, Herr Präsident. Oh scheiß Bulle weiß auch überall wo ich bin. Scheiß Wallhacker. Hier. Oh Mann. Oh. So, Schinken-Gurst. Schön mit Mozzarella-Käse. Geht das wenigstens wieder. Äh, ich hab Motorrad-Club-Berasing. Weiß ich nicht. Weißt du, äh, warte, ich lade sie einfach ein wieder. Warum hab ich das eigentlich nur... Die Musik! Was, ne? Hm, Entschuldigung, ich bringe sie mal. Äh, hier war das, ne? Genau. Ne, nicht einladen. Hä? Warum nicht? Können wir uns ja gar nicht mehr runterkicken. Und nicht mehr schlagen. Doch, kann ich machen. Eingröd ist der Arsch. Machen wir hier, hier, Dingsrums. Äh, Mitglieder? Nein. Nein. Hä, warum nicht? Stanz! Äh, also, ja gut. Na gut, dann hätten wir halt... Ja gut. Dann kannst du deinen Motorrad halt auch holen, wenn du... Dann musst du dich jemand deinen scheiß Mechaniker anrufen. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Juckt dich höchst... Juckt dich spätestens nach dem zwanzigsten Mal. Ne. Nein. Weißt du... Weißt du, er... Er sagt doch... Juckt mich und... Juckt mich nicht und dann meckert er rum irgendwann. Ja. Hä. So. Ja. Ich... Wollt einen auf Q machen. Auf cool oder auf cool? Oh, ich hab ja Musik an. Auf cool. Ich bin ein echter Rebill. Ja. Ich bin ein echter Peter Maffay. Ich bin ein echter Babybill. Alles klar. Klein, rund und rot. Oha. Wo denn? Nein! Hier. Pirouette. 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 Pirouette statt Zigarette. Nein! Was denn? Jetzt fahren sie auf mit der Kacke. Na gut, okay. Hier, komm hier. Hahaha. Was machst du denn da? Ich bin mit der... Mit der... Hä? Achso, das ist ein Spieler. Ja, gut. Spaß. Schlecht, würd ich mal sagen. Könnt ihr jetzt alle adden und schreiben sie scheiße. Oh! Okay, das verraten. Alle die düppsten Sachen, die ich hier habe. Jeder, der es guckt. Jetzt schreibt auf ihr Profil und schreibt sie scheiße. Ich habe... gerade eine Andähungsmine rangemacht. Und bin auf meinen Motorrad gestiegen. Raten wir mal was passiert ist. Na? Hat zu denken. Habe ich keine hier? Viel Spaß. Happy Birthday. Ich würde übrigens nicht hier rauf kommen. Nur so ein Empfehler. Es gibt Aua. Hehehe, keine Hilfe. Mein Motorrad ist noch voll, voll ganz. Dein ist noch voll ganz. Pass auf, pass auf. Die kommt, die kommt. Ja, pass auf. Ach, schade. Verpieß dich. Oh, 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 oh. Wer wird's, ey? Wo ist der? Ähm, der lässt sich nicht abballern. Ah, doch. Ich will ihn schlagen, du kannst ihn nicht schlagen. Ja, es ist, es ist, es ist ein Hecker. Es ist wirklich ein Hecker. Ja. Okay. Er lässt sich tatsächlich nicht gillen. Man kann doch, man kann doch nicht mehr auf ihn schießen. Oder ist das, oder ist das wegen verteidigend? Okay. Das ist ein Hecker. Alle, die gucken das, kennen die Edden und schreiben, sie sind scheiße. Ja. Ja, Damen und Herren, das ist GTA Online. So ist ihr GTA Online geworden. Wo kleine Kinder, mit Hacks. Dich geil machen. Weil sie sonst nichts anderes haben. Und wir Kinder, die killen müssen. Denken sie in COD. Hallo. Haben sie mich nicht gehört, wa? Ich hab das Pfeifen gehört. Liegt die Scheiße. Wiedersehen. Das sind übrigens die Hecker. Mein Motorrad ist aber auch. Ja. Ich denke nicht, darfst du dich einfach gehen lassen, oder? Hallo. Komischerweise, wenn die einen... Neh mich mit, du Arsch! Nee, gar nicht! Die wollen denn mich? Neh mich mit! Du Arschgesicht! Und die haben auch mich geschossen hin. Die können mich komisch sein, wenn ich Kräfte anscheinend. Gerade eben, auf jeden Fall. Oh, wie viele Leute sind denn hier wieder drin? Oder Feuerwehrmann, rennt weg. Feuerwehrmann, Simon, oder was? Feuerwehrmann, Jim, Knopf. Ja, so. Jim, Knopf, oder was? Holy shit! Ach du Kacke. Holy shit! Das siehst du in meinem Video. Wie hoch ich... Ich bin noch nie so hoch geflogen wie gerade. Ah, das ist geil. Hä? Bist du gerade gelandet? Ah. Holy shit, Alter. Soll ich Ihnen Ihr Motorrad rüberpfeppern? Ne, ich bin doch gerade schon auf dem Weg zu Ihnen. Mr. Wurstbrot. Das ist ja auch scheiße. Der hat schon das Wissen ver-kackt. Warten Sie doch! Ja, ich komme. Da ist einer, der mich mal nicht... Okay, komm. Er dreht um, der dreht um. Der dreht um. Der ist genau über uns. Ah, stimmt. Ich hab leider gar keine... Oh, 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 oh. Na ja, der wollte gerade sagen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hatte der als Super. Ich bin bei eben kurz. Ah, herrlich. Das war knapp. Oh. Weedie fahren ohne zu lenken. Das ist immer gut. Guck. Ach ja. Pass auf, pass auf. War gut hier. Guck, guck. Ohne zu lenken. Ohne zu lenken. Ohne zu lenken. Oh. Oh, oh, oh. Ohne zu... Äh. Ohne zu lenken. Das sah auf meinem Channel toll aus. Könnt ihr ja hier alle gucken. Ohne zu lenken. Er, er, er. Er, da kommt, äh, der wieder. Pustbrot-Schlampen. Oh, was will er denn bei uns? Ein Kind? Ah, das ist ein Panzerwagen. Hat er sich gerade geportet? Er könnte sein. Er hat es einen Hacker, dann, äh, du würdest mich nicht wundern. Wenn du dann meine Innet hat geleckt oder er hat sich geportet? Puh! Puh! Ja, das ist das. Jetzt sind wir tot. Nein, der ist tot. Komm her, komm her runter. Der ist echt schlecht. Er hat mich immer noch nicht umgebracht. Oh, schau. Der ist echt schlecht. Ist der echt so schlecht? Scheiße. Ha, okay, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Der ist echt schlecht. Ich spreng mich selber in die Luft. Das ist eine Sie und die hat ein Kleid an. Alles klar. Ich habe auch keinen Aim. Doch, habe ich. Ich wollte den Rad abballern. We are sorry. Die hatte übrigens ein Kleid an, ein pinkes. Ja, we thought you are assholes. Alles klar. Oder hacken die wegen, äh, weil da, wegen anderen hackern oder was? Das wäre mal irgendwie tatsächlich eine coole Aktion, außer das ist nur eine billige Ausrede. Das kann natürlich auch sein. Bring sie! Ach so, das ist Wasser. Aber Wasser. Ja. Bringt die trotzdem. Oder? Egal. Läh, 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 läh. Mal öfters. Och, das ist ja. Was machst du denn? Also ich habe mir gerade noch ein bisschen gestreckt. Hallo? Hallo? Unterlassen sie diese Tätigkeit. Ich merke schon, sie sind wieder gebootet. Ja, hier war ein Handwerker. Ah Handwerker. Was hat er gesagt? Ich muss kacken. Ah ok, einfach in dein Zimmer gekackt. Ja. Gut, dann würde ich auch machen. Alles klar. Oh mein Gott, das ist so gut. Super, lasst euch mal wieder meinen Motorrad holen. Ist ja nett. Ja, dann müssen sie ihn markieren. So, ich muss erst mal den hier machen. Ja, du kannst mir... was? Was? Ja, die hier bitte. Komm mir nicht auf die Nerven. Bis dich. Bis dich. Bis dich. Bis dich, Alter. Warte auf. War wohl nix. War wohl nix. War nur nix. War nur nix. War nur nix. War nur nix. Ja. Bei dir wohl nix. Irgendwie bist du ungehebt. Ähm, hallo. Ich kann dich nicht schlagen, komischerweise. Ich dich auch nicht. Alles klar. Hallo. Fuck. Ah. Was denn? Stress oder was? Was wollen sie denn? Stress oder was? Stress oder was? Stress oder was? Ach ja. Stress oder was? Stress oder was? Bei mir hält ich dich die ganze Zeit. Ja, ich... Ja auch, komischerweise. Verpiss dich. Verpiss du dich. Monsterstank fehlgeschlagen, Alter. Abgeschossen. Lose. Lose. Lose Arsch. Lose Arschlilicht. Kommen sie her. Kommen sie rein, können sie rausgucken. Oh. Ja. Probier's doch. Ich bin hier weg. Auf Wiedersehen. Ich heb ab. Ja. Ich heb ab. Nichts hält mich am... Huch. Ähm. Alles klar im Boden. Watt ist, was ist jetzt wieder passiert, ne? Nix. Ah, gut zu wissen. Können sie jetzt mal beat dem einländern, po po, ne äh, wo kommen sie denn? Ist da wieder wett? Da ist ja zurückgeblieben, bist du. Fuck, ey, da hast du so. Ich hab dich geschlagen, anscheinend. Hä, was ist denn los? Haben die Hacker uns ganz zufällig halt aus, dass wir uns nicht mehr schlagen können? Ja, anscheinend wirklich. Sag mir mal. What the fuck? Sag mal. Entschuldigung? Ja? Kannst du diesen Daryl Dixon mal bei uns rausziehen? Ja, mach ich gleich. Danke. Ja gut, ich denk das war's für die Aufnahme erst, ne? Äh, ja. Man sieht es später, Leute. Da geht's zuschauen. Ja.